Ach, bevor es vergisst zu sagen, hier da oben irgendwo blendet ihr euch das ein. Alle meine Bücher, und es ist ein 17 an der Zahl, kann man bei mir auf dem Shop bestellen. Ihr lest es eh, shop.modella-mella.com. Ich heiße übrigens so, ich bin die Autorin. Und der Buchstabenmeister stelle ich euch ja gerade vor. Die anderen habe ich euch schon vorgestellt. Geht's auf mein Profil, holt's euch ein bisschen die Infos. Euer Plus wegmachen, Herzlich wegmachen, speichern, einen Kommentar, damit dieser Kanal überhaupt leben kann. Damit es alle erreichen kann, die Interesse daran habt. Ihr wisst ihr, dieser Algorithmus ist ein bisschen russisches Roulette fast, kann man sagen. Aber ich wäre froh, ihr würdet mich dabei unterstützen mit diesen kleinen Klicks, die da wegmachen. So, aber wer möchte, kann sich dort natürlich Hörproben anschauen, anhören. Leseproben anschauen, anhören, die Bilder sehen und so weiter. Also es lohnt sich, geht's auf die Homepage book.modella-mella.com. Und wenn ihr bestellen wollt, könnt ihr direkt schon bestellen und dann kommt ihr auf den Shop. Oder eben ihr geht's auf shop.modella-mella.com. Ich freue mich natürlich, wenn meine Bücher dorthin kommen, für wen ich es geschrieben habe, nämlich für die Kinder. Jeder kennt ein Kind. Und es ist ein wunderschönes Geschenk im Fall. Also, bleibt dran, ich stelle sie euch vor. Also, ihr wisst nicht, ich stelle euch hier. Vielen Dank.